und herzlich willkommen zurück mit mir und diesen stinkenden komischen Typen da oben SHUT UP der euch nie na... äh der euch nie tschüss sagen wollen und so und der hier so auf einmal einen Wurm am Arsch hat war ja klar, irgendeiner musste von den Büchern her sterben, ne? so, heute gibt's noch eine ganz etwas längere Bossrunde aber da ist der größere Bossrunde, wenn's hell ist, kann ich nichts mehr machen ich hab's doch mitzunehmen mischt dich denn komisches Auge da ein? Halt dran Halt dran und dann kamen wir grad erklär ihnen, wir sind im Bossfight und haben grad grad keine Zeit für sie na, hab ich auch schon gesagt die haben sich dann auf einmal aufgelöst ja, daneben sieht grad beide nicht sehr schön aus ich halt die Taste immer gedrückt da ist schon nie mehr los du meinst die Feuerkaste? da bist du nicht der einzige ich fühl mich, als würde ich Serious Sam spielen Halt dran das stimmt ich hab noch eine Sekunde Cooldown jetzt weil, bei Serious Sam gibt's ja auch den Spieltipp am Anfang des Levels wird die Schuhfeiertatze drücken und am Ende soll sie loslassen ja, genau so ungefähr läuft das ab bei Serious Sam und wenn du Multiplayer die richtig großen Level spielst hast du nur ein leichtes Munitionsproblem ab und zu mal wieso mischen sich irgendwie die anderen Gegner ein? get back ich will den boss nicht heraufbauterinnen da haben ich will den boss nicht heraufbauterinnen da haben ich will den boss nicht heraufbauterinnen da haben der Kopf springen fliegt da noch um ne sooo nein, hat nicht gereicht wir haben 18 und 24 Brause schade eigentlich ja, ich entferne mal unsere Grabstallnähe ja, ich entferne auch mal einen ich hab schon den vierten wir können echt nen Friedhof bald bauen und es wird glaub ich wieder Tag also das heißt den nächsten boss beschweren lohnt sich glaub ich nicht ich glaub nicht ist der Tag wir haben erst, wir haben zehn ungefähr angefangen ich kann ja mal nachgucken sorry zwei Uhr morgens, also es dauert noch ein bisschen bis der Tag wird ja du bist aber fast tot ne und die Heilerin steht nicht mehr da wo sie war und ich kann keinen Wurm mehr holen ne wo ist die Heilerin, sie ist da ach da dann setzen wir sie doch mal wieder in ihre Stammecke hab ich schon ach so, ok dann jetzt bist du weg aha ja, was machen wir jetzt? meinst du wir schaffen einen von den anderen Bussen? wir können es mal versuchen dann beeil dich, sonst ist der Tag gleich da ja, ich bin gleich Tag aber es wird ja jetzt Tag, ne? es dauert noch ein bisschen ja, behal dich ne, es wird doch nein, es wird nicht Tag, es ist drei Uhr morgens ja, welchen willst du? ja, such dir einen aus, mega mega mega, mach oh, vielleicht sollte ich auch Pistole schalten und nicht auch Pora super Brot ist, das hat schon mal weniger, schon weniger her ja, ich weiß, bin da schon dabei, ich schieße die ganze Zeit da drauf oh ja, sorry, dass ich auch noch was sage ah, Entschuldigung ich weiß ja nicht, dass der empfindlich ist ach, Entschuldigung ich weiß ja nicht, dass der empfindlich ist ist dann der eine du bist, hab ich damit kannten bleiben äh, der ist abgehauen jetzt, ne? wie gesagt ja, klar jemand wollte nicht auf mich hören ja, und du willst auch nie auf mich hören, also st ja, und ich hatte recht, ist das schon mal ja, und ich hatte auch schon recht ja, aber nur in deinen Träumen Schöne, gute, teure Munition verkauft äh, verballert mhm ja, das war's wohl nicht wir hätten das Auge fast geschafft du wolltest jetzt aufhören, ne? nein, jetzt haben wir ja die Folge hier angefangen, ne? ich fang hier nicht an mit der 6-Minuten-Folge tja, wir sind mal früher angefangen dann aber nein, ja, musst du noch texten ja, und? hast du ein Problem damit? wir schreiben wenigstens, Leute ach ja, mit mir reden Leute ja, warte du zum Beispiel naja, gezwungenermaßen, ne? gezwungenermaßen hast du mir 5 Euro angeboten für jede Folge mhm, als ob war ein schwerer Fehler ich hätte mehr nehmen sollen mehr was? mehr Geld für was? achso die Aufnahme nicht vielleicht sollte ich woanders hingehen vielleicht sollte ich woanders hingehen wir brauchen wieder Seelen des Lichts eigentlich tatsächlich die Brüche aber auch gelegt ja, ey ich bin nicht so oft ach ein Meatgrinder habe ich gerade gefunden hat das auch schon ach hallo ihr beiden alles meins so hier los so 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 wie viel haben wir davon gar gar nichts um wo können wir hin gehen gehen wir da oben hin wir wollen jetzt was anderes haben wir wollen jetzt was anderes haben ein paar Seelen des Lichts zumindest versuchen wir es mhm die ist ja voll gleich verlaufen so wie wir den Klotschen angekommen oh was habe ich denn hier gefunden ach Halium große Erz und Halium obwohl wir es nicht verbrauchen aber egal kann man ja irgendwas anderes mit raus machen alles mitnehmen ja jetzt kommen wir mal so böle Viecher hier an so aufhören die mal ja was nein die Viecher hier die kommen immer in mich rein hier so tschüss wollen wir nicht wollen keine Gegner in mir haben es ist genauso unangenehm wie es klingt genau genau finde ich auch und ihr solltet das genauso finden dann können wir ja anfangen seine Rüstung zu verkaufen weil ich kein Geld dabei habe der Meat Grinder gibt der Meat Grinder gibt 2 Gold dieser komische Fleischwolf den du da hingestellt hast schon wollen wir zusammen lachen wills ach Tatjana so wegen dem Miaouder Hintergrund ja es ist halt eine Katze sie ist eine Katze ne Katze ne Katze ne Katzi Oh, hahahahahahahah, ha, ha, hahahaha. So, dann einen holen wir uns und testen uns runter, weil wir zu faul sind. Gehen zu unseren Sparschweinen, schnell füllen. Und dann können wir noch Raldiumerz subanken. Auch wenn wir das gar nicht mehr brauchen, können wir auch in einen Moment schmeißen. Ach, in eine Kiste. So, noch Alium. Die Untersälze. Schau, wie baut er irgendwas? Joa, ich baue endlich mal unseren Tunnel fertig. Das machst du aber schön. Ich weiß. Sehr, sehr schön. Ich habe einen Vogel abgeschossen. Ja, so bin ich. Schieß einfach wahllos Vögel ab. Schlimm, schlimm. Oh, kommt hin. Oh, dass es schlimm ist, meine ich. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt Tick-Tack. Elf Uhr. Wir haben elf Uhr, sagt die Uhr. Das ist aber schön. Oh Gott ey, ich habe wieder so einen Katzen. Alles deine Schuld, du machst mich krank. Mhm. Warum ist hier keine Rückwand drin? Weil ich sie noch nicht gebaut habe. Warum nicht? Weil ich soweit noch nicht bin. Wieso? Weil ich erstmal die Beleuchtung mache. Warum ist unter dir Erz, was du nicht mitgenommen hast? Weiß ich nicht. Übersehen. Das ist aber dein Bronze. Ach, dein Glied. Achso, jemai. Ja, du hast mich letztens angemacht. Warum hat mich dein Glied verballert? Aber so beschwarte ich nicht. So. Einfach mal ein bisschen Obsidian, solange noch. Dann kann ich mal ein bisschen Gänge noch fertig machen. Einfach mal. Aber auch nicht. Der Obsidian-Generator ist jetzt ziemlich langsam in letzter Zeit. Wie gesagt, wenn du ihn abschaltest. Hab ich ja schon. Jetzt schneller. Mach mir lieber wieder an. Sonst haben wir gleich kein Wasser mehr. Aber das Wasser backt hier mehr rum. Dadurch kriegst du mehr Ressourcen wieder raus, ne? Hm? Weil das Wasser hier so rumbackt, äh, und das labert, kriegst du schneller und mehr Ressourcen als im... ...Tingle-Pair. Hatte ich mal ausprobiert. Das kann sein, ja. Weil das Wasser füllt sich da nicht so schnell auf. Oder mir zumindest nicht. Hey, da will ich hin. Dann haben wir auch schon wieder 643, äh, von dem Zeug. Na komm, hinten. Der Satz-Würste und kackt. Den wollen wir gar nicht schneller stapeln. Damit unser Inventar wieder leerer wird hier. Wir möchten ja nicht mit dem zugemüllten Inventar hier rumlaufen. So. Sehr schön. Interessant. Er findet etwas sehr schön. Das ist doch sehr interessant. Ähm. Falsche Kiste. Hä? Das ist jetzt genau die Kiste, wo er vorsteht. Hm. Was haben wir noch? Krap-Scheid, ich bin weg. So sehe ich auch mal, was ich in Inventar habe. Oh, das ist nur Crap. Na ja, gut. Dann sagen wir halt tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Shoei. Shoei. Bis zum nächsten Mal. Und euer Herr Wolf. Tschüss. Dulle Gur 0s. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns behave im Namen. Wann wird werde ich noch los. Wir sehen uns Haus. unfair sein. Best Du bist. Tulen nicht bei mir aus. summertime ist. Undzu. Der nächste Mal,